Dafür hat Dolitzig in Zusammenarbeit mit der GWS Gefahrgut Consulting Schloboom sowie der Industrie ein neuartiges Ladungssicherungssystem entwickelt. Bei der Entwicklung wurde auf computerunterstützte Konstruktion und 3D-Simulation zurückgegriffen. Selbst die Extrembelastung Spurwechsel bewältigte das Ladungssicherungssystem ohne Probleme. Die Oktatener blieben unversehrt. Die Oktatener blieben. Die Oktatener blieben. Glockenläuten. Die Oktatener blieben und die Oktatener blieben. Läuten und die Oktatener blieben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017